Was haben der schnellste Computer der Welt, ein umweltfreundliches Rechenzentrum und die städtische Polizei gemeinsam? Sie alle verwenden IBM Flashspeicher. Deine Hardware könnte auch ein wenig Speed gebrauchen. Mit dem IBM Flashspeicher bist du fünfmal schneller als mit Harddisk Drive. Außerdem ist der Platzbedarf bei gleicher Datenmenge deutlich geringer und deine Kosten für Strom und Kühlung werden weniger. Wenn die Leute hinter den IBM Produkten Speicher entwickeln, dann ist es nicht nur ein einfacher Speicher, dann ist es der IBM Flashspeicher. Stärke auch du deinen Speicher mit dem IBM Flash System.